Eines der Themen, die wir beantworten müssen, ist die Ernährungswende, weil wir, wenn wir weg von der industriellen Massentierhaltung gehen und hin zu einer mehr pflanzlichen Ernährung, sehr viele der Themen, die ich vorher schon angesprochen habe, lösen können. Also wir können die Nahrungskette verkürzen, brauchen dann weniger Fläche, haben viele Flächen, wo wir durch Wiederbewaldung die Klimakrise aufhalten können. Also wir können eine CO2-Senke schaffen, wir können das 1,5 Grad Klimaziel realistisch schaffen, wir können Regenwaldzerstörung rückgängig machen, wir können fruchtbare Böden erhalten, Artenvielfalt erhalten, Pandemien und Antibiotikaresistenzen vermeiden. Immerhin verbrauchen wir weltweit drei Viertel der Antibiotika nicht in der Humanmedizin, sondern in der Massentierhaltung, nur um dieses System zu betreiben. Und wir können natürlich dieses ganze Tierleid vermeiden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017